Ab dem 1. April 2014 ist dieses zu mietende 5 Zimmer Einfamilienhaus bezugsfrei. Das Einfamilienhaus befindet sich im Rhein-Spergischer Kreis. Es hat 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer und eine Gästetoilette. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Das Objekt bietet eine Wohnfläche von ca. 107 Quadratmetern. Die Gesamtmiete der Immobilie beläuft sich auf 842 Euro. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gerne zur Verfügung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.